So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Lego Nexonice Booster, weil meine Sammelmappe ist noch nicht vollständig. Deswegen werde ich jetzt noch ein paar Booster Packs öffnen und hoffen, dass ich meine Sammelmappe so langsam vollständig kriege. Und wie immer, kommentiert ihr mir auf jeden Fall, ob ihr eure Sammelmappe schon vollständig habt, wie ihr die Karten überhaupt findet, ob ihr sie selber sammelt und, und, und. Ganz egal was, hier sollt ihr und hier könnt ihr alles posten über die Lego Nexonice Booster Karten. Aber ich hoffe jetzt mal wirklich, oh, die sieht ja witzig aus, dass ich meine Sammelordner jetzt so langsam vollständig kriege. Weil ich habe noch so viele Sammelmappen und Stickeralben an Start. Ich weiß mir schon gar nicht mehr, was ich mir immer besorgen soll, zuerst. Aber deswegen mache ich jetzt mal wieder öfters ein paar Sticker und Booster auf, dass ich die eine oder andere Sammelmappe oder Stickeralbum vollständig kriege. Also langsam wird es Zeit. Meine Projekte werden ja immer mehr, 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 die einige von euch da schon mitkriegen. Deswegen hoffe ich jetzt auch mal, dass ich nicht so viele Doppelte habe. Und wer jetzt erst die Karten interessant findet und sie sammeln möchte, ich werde immer versuchen, unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer sehen und abwiegeln, wie für euch das wert ist. Aber teilweise wisst ihr ja selber, im Netz sind sie eben günstiger und billiger. Deswegen verlinke ich euch das ja auch oder versuche es zu verlinken. Aber wie gesagt, jetzt kommen die Doppelten, aber Glitzerkarten ganz schön hinaus oder in Vorschein, ganz wie man es sehen will. So viele interessante Karten, finde ich, waren jetzt gar nicht dabei. Aber wie gesagt, kommentiert mir, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt und habt eure Sammelmappe schon vollständig ist. Interessiert mich wirklich. Das sind mal wieder interessante Karten gewesen. Jetzt kommen wieder, wie ich immer dazu sage, unwichtige oder uninteressante Karten. Aber die müssen ja auch sein, dass man seine Sammelmappe vollständig kriegt. Die Bücher, die verfolgen mich aber jetzt. Die Bücher, die verfolgen mich aber jetzt. Wenn ich noch mehr für die Kamera öffnen soll, drückt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Aber für ein Daumchen hoch würde ich mich immer freuen. Jeder YouTuber. Also auch ich. So, das war jetzt das Lego Nexonice Booster Video. Das nächste Video, was ich machen werde, ist Lego Nexonice Powerchips. Ja, das sind Powerchips für das Spiel. Die werde ich hier als nächstes öffnen. Aber das war jetzt diese Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.